Gut. Von einem Eichhörnchen übrig gelassen. Igor liebt Eichhörnchen, aber zuerst zu dem Geist im Grab. Dann waren wir die Wurzeln einfach so weg. Der Geist dieses Grabes ist gelassen. Wenn wir ein Gefäß hätten, könnten wir ihn gefangen nehmen. Ach wie toll. Eichhörnchen. Meister, das Eichhörnchen hat etwas zwischen seinen dreckigen kleinen Pfoten. Tja, mir fehlt aber noch eine Eichel. Das ist ja das Problem. Wer ist die Kiege, Van Helsing? Safe. Hidden in einem secreten Kompartment unter meiner Kollektion von Seals. Um dieses Grab zu öffnen, müssen wir die Kollektion beenden. Ich habe die Seals in der Office gesiegt. Ja, der ist clever, der Van Helsing. Ich würde meine wertvollsten Sachen auch sehr gut verstecken. Tja. 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 Ein Ring, ein Kerzenhalter und ein Knopf. Ein Ring. Da. Ein Kerzenhalter. Ist das ein Kerzenhalter? Ja. Und ein Knopf. Da. Gut. Und da haben wir das auch schon geschafft. Und haben wir auch noch einen weiteren Siegelring. Sehr gut. Ja, die Schublade klemmt. Und vielleicht finden wir etwas zum Öffnen. Ja, vielleicht den Dolch. Tatsache. Ein Schuppenschlüssel. Okay, gut. Dann können wir ja erstmal wieder zurück. Und dann die Schuppern sich öffnen. Genau. Und da sammeln wir erstmal eine leere Wunderlampe ein und den letzten Siegelring. Sehr schön. Äh, ich würde erstmal das mit dem Siegelring machen. Weil, das sieht mir in einem Rätsel aus wieder. Jo, sag ich doch. Setze die Ringe so ein, dass kein Ring zweimal in einer Reihe oder Spalte vorkommt. Ah ja, okay. So, die Rätselarten, die kenne ich ja schon. Die sind, normalerweise sind die eigentlich auch nicht so schwer, wenn man den Anfang äh, gefunden hat. Ich probiere das erstmal ein bisschen aus. Und dann sehen wir weiter, ob das dann passt oder nicht. So. Jetzt muss ich ja schon ein bisschen gucken, dass, also wenn es hier rot ist, dann stimmt irgendwie noch etwas nicht, aber wenn es grün ist, dann sieht es schon ein bisschen gut aus. So. Hier ist auch schon alles grün. Okay, sehr gut. Sieht ja für den Anfang nicht schlecht aus. So. Obwohl, nee, nee, Quatsch. Ich mach das lieber so, weil sonst komm ich irgendwie durcheinander. Nee, Quatsch. So ein Drache. So, und jetzt muss ich hier oben gucken. So. Nee. Aber so. Jawohl, und da bist du auch schon. Sehr gut. Da haben wir den Schlüssel. Du hast den Schlüssel zu Harkas Apartment gefunden. Möchtest du dir Minas Zimmer jetzt ansehen? Ja, jetzt? Ja. Jetzt los. Ich bin der Spy of the Queen in Transylvania. I would not be surprised if others have been hired to capture Mina. Hm, okay. Harkas Portrait. Dr. Van Helsing. Count Dracula and the Hunchback. What a great team. I'm surprised you're not killing each other. Ach, der ist die nächste complete scene von der Vampyrkönigin. Where is Mina Harka? Speak! This sacred union between a fallen prince of darkness and a famous vampire hunter could be dangerous for my mistress. she will be delighted to learn that I have stopped you. Na warte. You have one last chance to save your life. Tell us where Mina is. Your adventure ends here. Hm, das glaube ich nicht. Dein Abenteuer endet hier, meine Liebe. Da haben wir erstmal ein Briefstück. Oh Gott. Okay, nur ein Stück nach links, dann schräg nach links, ein bisschen, ja, nee. So, dann so, dann nach oben. Oh Gott. Okay, 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 okay. Ich versuch's. Scheiße. Ah, ganz knapp. So. Jetzt einfach. Ja, wir möchten natürlich das Blut von ihr trinken, weil wir brauchen immerhin das Blut, sonst können wir ja auch die Fähigkeit hier nicht einsetzen, ne? Und, weg ist sie. Ein Geheimfach. Ein bisschen Blut, das können wir immer gut gebrauchen und ein Metallknauf. Fünf brauchen wir insgesamt. Okay, und da müssen wir, ja, die fehlenden Porträts halt hinzufügen, aber wir haben leider noch nix. Und da brauchen wir die, was? Kopfendenteile. Oh mein Gott. Okay. Was so, dauert das jetzt mal ein bisschen. Da müssen wir die Sicht wieder einsetzen. Da haben wir noch ein weiteres Briefstück. Da haben wir einen kleinen Diamant. Eins von drei. Blut brauchen wir immer. Eine Kerze. Ein Briefstück. Und das war's, glaube ich, ne? Jawohl. Da haben wir ein kleines Porträt von Nina. Das können wir eigentlich hier schon mal einsetzen. Aber da fehlt noch ein Porträt. Leider. Ja, ich glaube, sonst können wir hier erstmal nichts machen, weil uns noch ein paar Teile von uns fehlen. Ah, hier ist noch Blut. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal zurück. Wenn wir das können. Ja, okay. Dann benutze ich halt meinen Sarg. so, jetzt haben wir ja eine Wunderlampe. Und dann gehen wir schön in die Lampe mein Geist. Genau, und den brauchen wir hier. Ah ne, wir freuen uns mal, unsere vampirische Sicht, okay. So, und jetzt können wir die Lampe einsetzen, beziehungsweise den Geist. Hui. Yay. Ja, man sieht es. Was du nicht sagst, Ego, das sehen wir auch. Oh, Mann. Ein kleiner Diamant. Ein Teil des Schilds. Sehr gut. Können wir hier sonst noch irgendwie was machen? Feststeckende Blätter. Ach, wie toll. Da haben wir noch eine weitere Kerze und noch ein Teil. Ja, es läuft sehr gut, muss ich sagen. Ja, hier brauchen wir natürlich die Kerzen und auch den Diamant. Ein Kerzenkreis in der Mitte steht eine mit einem Gefäß ausgestattete Drachenstatue. Dieser Altar kann für eine Art Ritual benutzt werden. Ja, aber wir machen erstmal das schöne Wimmelbild. Eine Glocke, zwei Flaschen und ein Kamm. Eine Glocke. Oh je. Oh je. Oh je. Eine Glocke. Boah. Das könnte auch irgendwo hier oben sein, aber momentan sehe ich sie nicht. Nee. Ich überspringe die Glocke erstmal. Zwei Flaschen. Eine ist hier und die zweite ist dort. Und ein Kamm. Oh je. Ah, ich glaube der ist da. Jawohl. Ein Helm, ein Tintenfass und ein Gefäß. Ein Helm. Ist das der Helm? Ja. Ein Tintenfass und ein Gefäß. Nee. Aber das glaube ich. Ja. Ähm. Lippen, ein Brustkorb und ein Schädel. Da haben wir den Schädel, da haben wir den Brustkorb und Lippen. Oh mein Gott. Lippen, Lippen, Lippen. Boah. Für sie. Ah, da. Boah, das ist ja fies. Zwei Schnecken, eine Schlange und ein Speer. Da haben wir eine Schnecke. Äh. Da oben ist die zweite und eine Schlange jetzt. Ah ja, die ist hier im Dunkeln. Boah, das ist ja echt fies, ey. Und ein Speer. Nee, das ist ein Dreizack, oder? Ja. Aber den brauchten wir auch. Ist schon mal sehr gut, dass wir ihn gefunden haben. Was sollte denn der Speer sein? Eine sehr gute Frage. Keine Ahnung. Eine Spinne und einen Seestern. Äh, die Spinne habe ich da auch schon gerade gesehen. Genau, da und den Seestern, den habe ich auch schon gesehen. So. Ein Speer und eine Glocke. Tja. Ne, das ist ein Schwert, glaube ich. Ja. Ach, da ist der Speer. Aber wo haben wir denn jetzt die Glocke? Da? Ne. Gute Frage. Ach, die hält die Statue in der Hand fest. Ach, ich bin auch manchmal blind, ey. Einen Schädel haben wir bekommen, okay. Ach, da ist auch noch ein Briefstück. Das Stück der Lied scheint Teil einer schriftlichen Mission zu sein. Aha, okay, wenn du es sagst, Dracula. Vielleicht die Urheber, zu Mena Es kann nicht sein, bis es komplett sein. Hm. Der erste Spie, den wir um meinen Kastel könnte die Teil dieser Lied haben. Wir müssen zurück Transylvania. Ich habe bereits dieses schönes Ort erinnert. Es ist sogar weniger freundlich, als in meinen Erinnert. Oh. Vom Bösen überwuchert. Master! Was passiert? Was hat mit dem Viertel? Es hat verändert, Igor. Und ich fühle, dass das nur das Anfang. Das ist der Plan der König, die Welt der Menschen in eine von Vampiren. Oh, nein, 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 das verändern wir. Auf jeden Fall. Es ist wunderschön. Die König der König überwachen meine Estimaten. Oh Gott, das hört sich aber nicht gut an. Ich 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 habe